Sie hören jetzt den Silberdisk Podcast. Damit willkommen zum Silberdisk Podcast von und mit Silvia Brinkhus. Die meisten werden Albrecht Metzger als Charakterkomiker kennen und erlebt haben, zum Beispiel als Teil der Schwabenoffensive oder bei Auftritten mit unterhaltsamen Soloprogrammen. Doch ältere Semester unter uns verbinden den Namen auch mit einer Fernseh- und Moderatorenlegende. Albrecht Metzger war von Mitte der 70er bis Mitte der 80er Jahre das Gesicht der Musiksendung Rockpalast, die am späten Abend im WDR ausgestrahlt wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. An diese Zeit will er bald anknüpfen mit seiner neuen Radioshow auf silberdisk.de. Albrecht Metzger, was kommt auf die Hörer im WWW-Stream zu? Gute Musik. Das ist das Allerwichtigste, dass dieser große Schatz von Musik, der ja über die Jahre sich da angesammelt hat, weil viele Leute ja sich mit Musik äußern und gute Musik hervorbringen, sagen, dass der nicht in irgendwelchen Regalen verschwindet oder immer durch immer Neues zugedeckt wird, sondern dass man doch ab und zu mal so in so eine Situation kommt, wo man sagt, ach, natürlich, das kenne ich, ach, das gibt es ja auch noch, ja, das war doch schön gewesen. Also keine Best-of in diesem Sinn, sondern einfach, ich möchte eigentlich schürfen nach dem, was unser Leben eigentlich begleitet hat die ganze Zeit. Nämlich jeder hat ja so seine Lieblingsmusikstücke und verbindet die mit bestimmten Dingen in seinem Leben. Und dass diese Musik eben wieder, zum Beispiel, wieder gehört werden kann. Und was genau wird das dann sein? Naja, die Musik ist ja sehr vielfältig. Also die Basis ist natürlich die Rockmusik, vor allem also die amerikanische Rockmusik, so wie es meiner Sozialisation entspricht. Ich bin ja mit amerikanischem Radio sozusagen sozialisiert worden. Aber natürlich auch die englische Popmusik und, aber Musik hat sehr viel weitere, geht sehr viel weiter. Das kann zum Beispiel zu einem Thema, zum Beispiel kann genauso auch eine Opern-Arie mal laufen, wenn das eine gute Musik ist, also wenn das ein guter Verdi ist oder Rossini oder was auch immer. Und das thematisch dazu passt, ja. Ich möchte also eine große Variety haben an verschiedenen Stilen, wo eben einfach gute Musik hintereinander sozusagen gehängt ist und einen Gesamtzusammenhang ergibt. Und der Schwerpunkt dieses Gesamtzusammenhangs liegt sozusagen dann auf Alt, ja? Ja, Alt ist ein ganz schlimmes Wort heutzutage. Alt darf man ja nicht sagen. Nein, ich würde sagen verdiente Rockmusik, ja. Oder so das Ähnliches. Also etwas, was mit dem Begriff Alt gar nicht zu umschreiben ist. Es ist zu einer Zeit entstanden, die weiter zurückliegt, ja. Aber wenn man das Stück hört oder wenn man diese Musik hört, ist sie eigentlich nicht alt. Außer den Formen, in denen sie daherkommt, ja, die sind altmodisch. Es gibt alte Aufnahmen, also wo der Sound nicht stimmt und wo der Rhythmus zu simpel ist und so. Heute hat man natürlich modernere, die Zeit ist ja vorangeschritten, man hat modernere Formen. Das soll alles berücksichtigt werden, ja. Aber es gibt einen alten Spruch, der heißt, ein guter Song ist ein guter Song. Und egal, wer den singt oder egal, wann der aufgenommen wurde, der behält seine Gültigkeit. Und so eine Art von Musik möchte ich gerne zu Gehör bringen. Und vor allem Musik von den Texten her auch, also weil das nicht immer so durchläuft. Wir haben ja über die Jahre, wenn man so Stücke so mit sich getragen hat, die ganze Zeit in seinem Leben, da hat man ja durch Texte so oft gehört, dass die dann auch einen bestimmten Zusammenhang bekommen. Oder man begreift die Texte erst. Früher waren wir ja ganz happy, weil wir immer Biba Baluna und so weiter. Und wir konnten keinen Englischen, da konnte sich jeder das vorstellen, was er wollte. Das war ja sehr fantasievoll und sehr produktiv. Und heute erschrickt man manchmal, und zwar positiv, welche Art von Literatur zum Beispiel in Texten steckt. Oder viel Lebenserfahrung, weil da drückt sich das ja alles aus. Und diese großen Rockmusiker, die sind ja für uns alle durch die Hölle gegangen und wieder zurück. Sonst kommt das ja nicht zustande. Ja, also der Text soll auch sozusagen mehr zu Bewusstsein gebracht werden und es sollen eigentlich auch Geschichten erzählt werden. Ich möchte gern Geschichten erzählen. Also Geschichten erzählen über die Musiker, von den Musikern, ja? Im glücklichsten Falle ja, dass ich nichts irgendwie erfinden muss, sondern die Geschichten, die in den Liedern drinstecken oder in den Rockstücken, die sind ja oft so verlinkt auch in menschliche Erfahrungen, was der Mensch alles erleben kann, ja, sodass man darum eine, sozusagen eine Geschichte stricken kann. Und ich möchte ja in dieser Show immer ein Thema zum Mittelpunkt nehmen und sozusagen die Musik dazu zusammensuchen, also zusammenordnen. Und da sind dann alle Stile möglich, vom ganz modernen bis zum Big Spider-Bicke Dixieland oder bis, wie ich schon gesagt habe, bis zur Opern-Arie. Ich habe jetzt eine Langspielplatte mit österreichischen Jodelmusiken. Na gut, wenn da was zum Jodeln dabei ist, wenn wir was zum Jodeln brauchen, dann werden wir das aus Österreich, werden wir dann Jodelmusik machen. Du hast gerade davon gesprochen, du möchtest ein Thema in den Mittelpunkt stellen und dazu die Musik raussuchen. Könntest du mal so ein Beispiel für ein Thema und vor allem auch ein Beispiel Namen eines Rockmusikers nennen, der vielleicht zu hören sein wird? Naja, es sind die Alten, die Klassiker natürlich, also die Advanced-Klassik, also nicht so die Best-of-Leute, sondern schon, also es fängt an mit Little Feet zum Beispiel, das wird natürlich sehr prominent vertreten sein. Dann die ganze alte Garde, sowohl die, die sich im Himmel bereits aufhält, als auch die, die noch auf Erden wandelt und uns immer noch beglückt. Also der Meister Dylan wird natürlich prominent vertreten sein, aber nicht nur, sondern auch Leute wie Townsend Sand oder Tim Hardin oder Songwriter eben, die eben sehr viel und sehr gute Sachen dann geschrieben haben. Und zum Beispiel ein Thema, wenn man das mal beschreiben will, eine Sendung, die wird zum Beispiel Tennessee Wards heißen und das ist so ein altes amerikanisches Volkslied, kennt eigentlich jeder, so ein ganz langsamer Schunkel vom Tennessee Wards und da wird eigentlich eine ganz simple und brutale Geschichte erzählt. Ja, ein Pärchen geht zum Tanz und sie stellt ihre beste Freundin dem Freund vor. Und damit ist es schon geschehen, er ist weg. Das ist der Tennessee Wards. Da kommen die mit vier Zeilen aus und erzählen ein ganzes Drama. Also das wird eine Sendung werden über den besten Freund bzw. die beste Freundin und der Verrat. Und da ist die Literatur in der Rockgeschichte voll mit solchen Geschichten. Das also gerade, my best friend took my girl.